KRT-Zellen sind Patientenzellen, die man nimmt und genetisch modifiziert. Man baut einen künstlichen Andockmechanismus ein, sodass diese Zellen dann direkt an das Lymphom binden und durch die Nähe aktiviert werden und dann direkt mit Zellmechanismen die Tumorzellen töten. Also ich muss mir das wirklich so vorstellen, das heißt also irgendjemand nimmt bei mir Blut ab, nimmt mein Blut, tut es irgendwo hin, macht was damit und dann wird es sozusagen wieder zurück. Korrekt, dauert vier Wochen. Blut wird entweder in die USA geflogen oder nach Leiden oder nach Leipzig. Das hängt davon ab, welches Produkt es sich handelt. Wir versuchen in einem von Land geförderten Forschungsprojekt eine Maschine herzustellen, die das kann, aber das dauert noch eine Weile, weil, wie Sie sich vorstellen können, ist es ein komplizierter Prozess. Man baut einen Virus ein, der aber nicht sich vermehren kann. Die fehlen die Stücke, die er für die Vermehrung braucht. Und dann habe ich eine Zelle von mir, die an der Oberfläche ein Molekül hat, das einem Antikörper ähnlich schaut, aber eben nicht wie ein Antikörper rumschwimmt, sondern auf der Zelle steckt und die Zelle aktiviert, wenn sie an das Zielmolekül bindet. Daher, hier ist es CD19, ist also ähnlich wie bei CD20, ein B-zellspezifisches Protein. Und wenn dieses CD19-bindende Protein eine CD19-positive Zelle sieht, wird die Zelle dahinter wild und schießt Pfeile rein und tötet sie. Ah, okay. Weil CD19-positiv ist schlecht. CD19-positiv ist auf B-Zellen. Okay. Deswegen schießen die Zellen blöderweise auch die gesunden B-Zellen weg. Oh, okay. Das macht gewisse Probleme, aber die kann man lösen. Und die Tötungsmechanismen durch die Zellen gibt es verschiedene, aber ein Teil ist wirklich kleine Pfeile, wo dann in der Nachbarzelle ein Loch entsteht und wenn da ein Loch ist, ist sie tot. Okay. Das hält die Zelle nicht aus. Und was das Besondere an diesem Arzneimittel ist, ist, es ist ein lebendes Arzneimittel. Das heißt, es vermehrt sich in meinem Körper. Okay. Und das ist übrigens auch das Problem. Wollte gerade sagen, ist das gut oder schlecht, ja? Es ist prinzipiell gut. Okay. Weil es einen dauernden Immunschutz verursacht. Aber wenn die Vermehrung sehr rasch ist, ist es auch wieder nicht so gut, weil es eine wüste Entzündungsreaktion macht. Und im Gegensatz zu einer Infusion, die ich dann stoppen kann, lebt es weiter. Und daher ist diese Therapie nicht ganz ungefährlich. Und führt zu lebensbedrohenden Komplikationen, so bei 5 bis 10 Prozent der Menschen. Wobei, die Entwicklung geht weiter. Man entwickelt jetzt solche Produkte, wo ich nicht eine große Zellzahl im Labor herstelle, sondern eine kleine Zellzahl und die im Patienten sich vermehren lasse. Und das funktioniert relativ gut. Aber Tatsache ist, dass man auf diese Art und Weise zeigen konnte, dass man mehr als 50 Prozent der Menschen auch im Rückfall heilen kann. Und das ist schon ein sehr erfreuliches Ergebnis. Und es ist eine Therapie, die eine Infusion darstellt. Man braucht vorher eine gewisse Chemotherapie-Dosis. Dann gibt man die Infusion. Und wenn das friedlich abgeht, dann ist man zwei, drei Wochen im Krankenhaus und geht dann wieder heim. Es gibt noch ein zweites Problem. Das hängt mit dem CD19 zusammen. CD19 ist nicht nur auf B-Lymphozyten drauf, sondern auch auf manchen Strukturen des Gehirns. Und daher gibt es auch manche Patienten, die als Nebenwirkung vorübergehende Verwehrtheitszustände haben. Und die man dann bremsen muss, indem man diese Zellen ihrerseits wieder versucht, totzuschießen. Ach du liebes Zeit, okay. Aber es ist ein etabliertes Verfahren, es ist zugelassen, es ist teuer. Es kostet eine solche Infusion 200.000 Euro. Also schon Summen, die man ernst nehmen muss. Daher ist der Prozess, wer das tun darf und wie man eine Bewilligung bekommt, sehr standardisiert. Funktioniert aber gut. Aber es müssen Zentren dafür extra qualifiziert sein und einen mehrstufigen Qualifikationsprozess durchlaufen. Den haben wir hinter uns und daher dürfen wir. Herzlichen Glückwunsch, ja. Aber es ist jedenfalls versucht, der Gesetzgeber hier schon die Sicherheit dieser gefährlichen Therapien sicherzustellen, indem er die Anwender qualifiziert. Das muss man die Anwender qualifiziert. bangs今日は die Anwender vermischen und Anwender qualifiziert. Wenn eine du ist, ers heritagemodelle und anwender qualifizierte Kulturen ist. Untertitelung des ZDF, 2020